Dieser Mann sorgt dafür, dass Landwirtschaft zum fruchtbaren Feld für die kühnste Art von Innovation wird. Für disruptives Denken, das die Art und Weise, wie wir Dinge tun, völlig neu definiert. Doug Elder träumt von einem völlig neuen Ansatz der Lebensmittelproduktion. Aber dann kam eine sehr ungewöhnliche Möglichkeit in Vertical Farming, und das hat wirklich an, wo ich heute bin. Guten Morgen, Sheva. Wie geht's? Doug arbeitet bei Intelligent Growth Solutions, einem Agrartechnikunternehmen, das Hardware- und Software-Plattformen für die Indoor-Farming-Industrie entwickelt. Und die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des Unternehmens am James-Hutton-Institut wurde als die technologisch fortschrittlichste Indoor-Farm der Welt bezeichnet. Diese Verschmelzung von Wissenschaft und Landwirtschaft ist das perfekte Erfolgsrezept für bahnbrechende Innovationen. These different blocks are telling us everything from the state of the nutrient solution right through to the HVAC system and the motors and all the pumps so that we can make continuous improvements to their performance. So as we head into the towers, total controlled environment agriculture is really what we're trying to achieve with this system. We have the light, the wind, the rain, those elements that you would normally get externally. Here we take all those external influences away, but we become the provider of those. And by doing so we can create that precision agriculture environment in here, which allows us to create the perfect environment for every crop that we interact with in this space. So this is our onboard robot system. The idea of this robot is to communicate between outside and inside. And that helps us limit those human interactions. This robot will drive into the towers, pick up the trays from the tower, take them out to the service area. Der Anbau in einem Labor wie diesem ist ein bahnbrechender neuer Ansatz in der Landwirtschaft und schafft eine ganz neue Vision, eine Signatur der Innovation. So it's important to have a pioneering spirit to be bold and to think outside the box to try something that seems impossible in order to have that dramatic what we call destructive change that really affects society. Künstlich gesteuerte automatisierte Technologien wie diese sind zwar umstritten, könnten aber entscheidend dazu beitragen, den Planeten vor einer Umweltkatastrophe zu bewahren. We lubricate the climate in such a negative way. Flooding events, extreme dryness, extreme heat, the acidification of the oceans, herbicides, biocides, pesticides. The way we've mistreated the soil. There's a series of things, it's making it harder and harder for us to grow, high quality nutritious and safe food. Solche disruptiven Ideen sind ein Beispiel für die notwendigen radikalen Innovationen, die auf kreative Weise alte Denkmuster aufbrechen, um die Herausforderungen zu bewältigen, vor denen die Menschheit steht. No one agri-tech is going to have all the answer. We're enabling new business models in agriculture, new paradigms. We kind of call it agriculture 4.0. We've got to grow more food. We've got to do it sustainably. If we don't, we will destroy the planet that we value so much. The technology is here now. It works now. There is no excuse for governments around the world not to be adopting these sorts of technologies. www.fema.org